Musik 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 Heute gehen wir nur eine kleinere Strecke, da es heute wieder unwetterartig weitergehen soll. Hoffentlich packen wir das. Musik 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 Das Ziel ist Kap Antrixol. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Musik 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 Dies sind die Gebäude für das Torre der Kap Andriksol, Aussprache für Zeit, das war eine Wehranklage gegen die bösen Mauren und gegen die bösen Piraten, die sich im 15. und 17. Jahrhundert etwa aufgebaut. Das ist der Wehrturm. Untertitelung des ZDF, 2020 Also bis zum Kap Andriksol, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, ist kein blauer Weg. Bei uns wäre das ein roter Weg. Trittsicherheit vonnöten. Es sind jetzt noch etwa 1 km bis wir wieder am Auto ankommen. Uns hat die Tour relativ gut gefallen. Nur in unserem Wanderführer hat gestanden, dass der Weg blau wäre, blau wäre. Aber wir sagen da eher rot, da Trittsicherheit vonnöten ist. Ich bedanke mich wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und wenn ihr noch kein kostenloses Abo da gelassen habt, einfach ein Abo da lassen. Vielen, vielen Dank. Musik 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 Heute machen wir eine kleine Wanderung, da das Wetter wieder unwetterartig werden soll. Heute gehen wir zu einer Piratenbucht. Wir sind jetzt noch etwa ein Kilometer bis wir wieder am Auto ankommen. Uns hat die Tour so... Ich bedanke mich wieder, dass ihr... Bis zum nächsten Mal. Bye! Untertitelung des ZDF, 2020